Na alle zusammen, hier ist wieder heute, ihr Land, ich wünsche euch wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar heute hier soll ich euch heute so einen kleinen Rätselguide präsentieren. Heute soll es um Tag 10 gehen von den Rätseln Geheimnisse von Azeroth und da sind wir mittlerweile beim insgesamt 11. Rätsel, das wollen wir uns jetzt einmal angucken. Falls ihr die davorigen noch nicht habt, die braucht ihr, das Ganze ist ein bisschen chronologisch aufgebaut, jeden Tag gibt es ein neues Rätsel und ihr braucht halt immer die quasi, die davor stattgefunden haben. Ihr könnt die aber dann alle an einem Tag quasi durchballern. Falls ihr die nicht habt, ich habe zu jedem schon ein Video gemacht, schaut einfach in die Infobox, da sind die verlinkt und dann würde ich sagen, starten wir jetzt durch mit dem 10. Tag. Dann schauen wir uns das Rätsel zu Tag Nummer 10 an und dazu sind wir, naja, wer hätte es gedacht, mal wieder im Gasthaus in Badracken zum gerösteten Geistbock. Mittlerweile weiß ich es ganz gut und wir quatschen einmal mit der Bewahrerin. Da gibt es dann ein Grabespanner der Maruk und das holen wir jetzt mal und das kriegen wir hier ins Inventar. Und naja, wo gehen wir jetzt hin? Die Maruk befinden sich in Onara und ich würde sagen, da flattern wir jetzt einmal rüber. Also, auf dem Banner steht ja drauf, wir sollen mit einem Typen sprechen, Sansokan heißt der und dieser Kollege befindet sich einmal hier in der Ebene von Onara und wir sind jetzt auf den Koordinaten 63, 41. Und dort haben wir den Sansokan und mit dem können wir jetzt einmal quatschen und dem bieten wir das Banner an. Dann können wir jetzt hier noch ein bisschen den Dialog durchklicken. Kennt ihr jemanden, mit dem ich sprechen kann? Und ja, der sagt uns jetzt, wo wir als nächstes hin müssen. Jetzt nehmen wir das Banner und dann gehen wir einmal zum nächsten Spot. Die nächste Dame, mit der wir sprechen müssen, ist die Yada und das ist hier so eine Gastwirtin. Die befindet sich auch in der Ebene von Onara auf den Koordinaten 80, 59 und ja, die ist in so einem kleinen Hütchen drin, mit der quatschen wir. Da klicken wir auch wieder das ein bisschen durch und dann bekommen wir jetzt einen Zettel mit einer kleinen Zeichnung drauf. Und da müssen wir jetzt quasi als nächstes hin. So Dalla, dann sind wir hier bei der Statue vom Vogel und ja, hier müssen wir jetzt unser Toy benutzen und zwar die Götze von Onara. Das ist ja eins der Toys, die wir jetzt im Laufe der vorherigen Rätsel bekommen haben. Also ich zeige es euch nochmal, die haben wir hier drin. Götze von Onara, da haben wir sie, die müssen wir benutzen. Und so, jetzt haben wir hier so ein kleines Licht drauf und ihr seht, das Licht dreht sich immer mit in die Richtung, wo wir laufen müssen. Heißt, hier hinter dürfen wir einmal und da müssen wir jetzt gucken. Da können wir es anklicken. Alte Markierung. Und da können wir uns jetzt auch einmal durchklicken. Achso, da können wir jetzt neben der Zeichnung können wir das aufschreiben. Okay, also haben wir das jetzt anscheinend mit dabei. Gut, und dann können wir damit weiter. Dann sind wir am nächsten kleinen Hinweis und zwar haben wir wieder so einen kleinen Steinhaufen. Das ist diesmal eine alte Markierung. Und ja, wo ist die? Wir sind in einer Höhle hier hinten auf den Koordinaten 78, 83. Da ist quasi hier, ist die Höhle offen, da ist so ein Eingang und da hinten müsst ihr einmal komplett rein. Also ihr seht, da ist rechts und links offen und ihr müsst quasi einmal nach oben laufen und dann habt ihr das Ding. Und hier klicken wir das auch wieder an, dass wir das quasi abpausieren. Und jetzt müssen wir zum Hauptaltarstand da zumindest dran. So, da, da, jetzt sind wir an diesem Hauptaltar. Und zwar ist der einmal hier bei den Koordinaten 60, 64. Und dort müssen wir jetzt ein bisschen abseits hier die nächste Markierung anklicken und können das Ding dann wieder abpausen. Und ja, dann würde ich sagen, schauen wir, wo wir das nächste hin müssen. So, auf dem letzten Hinweis war was mit Grabstätten quasi draufgeschrieben. Also müssen wir hier zu den großen Grabhügeln. Und da drinnen haben wir das nächste Teil. Wir sind jetzt auf den Koordinaten 31, 69. Und ja, jetzt müssen wir quasi hier in den Main Grabhügel rein. Und dort müssen wir quasi in die letzte Kammer und dann links. Und jetzt schauen wir mal, hier müsste irgendetwas rumliegen. Ah, da hinten haben wir das nächste Teil. Und da gucken wir jetzt mal, was wir machen müssen, beziehungsweise können wir uns einmal abpausen. So, da, dann sind wir am nächsten Spot. Der letzte hatte uns geraten, dass wir eine Höhle aufsuchen sollen. Und da befinde ich mich jetzt gerade schon hier bei einer Spinnenhöhle auf den Koordinaten 43, 47. Und dort haben wir den nächsten Hinweis. Und da müssen wir einmal vorher die Fackel von Pyrite einsetzen. Wenn man da nämlich ohne Fackel hingeht, dann sagt das Ding quasi, dass das mit Spinnenweben voll ist. Und dementsprechend wir das nicht lesen können. Wenn wir dann hinlaufen mit der Fackel, ihr müsst erst ein bisschen weg und dann hinlaufen, sonst funktioniert es nicht. Können wir quasi hier den nächsten Hinweis uns holen. Das Ding können wir abpausen. Und jetzt müssen wir einmal in die Höhle rein, so wie es aussieht. Und da hinten durch. Und das machen wir jetzt gleich mal. Gucken wir mal, wo das ist. Ich vermute, es ist oben drauf, oder? Denn da müssten wir jetzt dann fertig sein. Da können wir nämlich unsere, ähm, ja, unser Banner aufstellen. Ah, da haben wir es schon. Genau, Banner aufstellen. Und damit sind wir tatsächlich auch schon durch. Haben auch dann den, ja, das ist jetzt das elfte Rätsel quasi gelöst. Also 10. Tag, aber elftes Rätsel gelöst. Und dann sind jetzt nur noch 4. Juti, dann sind wir durch mit dem kleinen Achievement Guide. Habt mich gefällt, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.